Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, am Sonntag, den 25. Dezember, wird in Augsburg eine große Evakuierungsaktion laufen, weil eine Fliegebombe entschärft werden muss. Wir haben darüber bereits umfassend informiert. Heute möchte ich nochmal an Sie appellieren, dass alle Betroffenen nach Möglichkeit eigenverantwortlich den Evakuierungsbereich verlassen mögen. Bis 10 Uhr muss der Evakuierungsbereich frei von Menschen sein. Bitte sorgen Sie selbst dafür, dass Menschen bei ihren Angehörigen und Verwandten und Bekannten und Freunden unterkommen außerhalb des Evakuierungsbereiches. Und ich würde Sie auch bitten, schauen Sie auf Ihre Nachbarn, geben Sie aufeinander Acht. Vielleicht ist dieses Jahr die Weihnachtsbotschaft, dass die Menschen enger zusammenrücken und sich gegenseitig helfen. Es ist wichtig.